Hallo, mein Name ist Alex. Durch den Ausfall meiner Klimaanlage brauchte ich für den Sommer ein neues Klimamodul. Das habe ich mir bei Outro-Back-Talk gestellt und das werden wir jetzt mal auspacken. Außerdem habe ich mir einen Tankdeckelverschluss gekauft, der war auch für mein Renault nötig. So, der erste Versandvertrag ist ausgepackt, ich wähle nämlich jetzt den zweiten. Der macht einen sehr guten Eindruck und hat den benötigten Kondensator von meinem Bürofahrzeug in sich. Ich werde den jetzt einmal auspacken und mich von der Qualität der Verpackung bezeugen. Die Waren war sehr schneller, die man mit der Poste hat von zwei Tagen geliefert, das war schon eine sehr beeindruckende Zeit. Alles hier ist sehr hochwertig und auch sicher verpackt. Und wie man sieht, ist es genau das bestellte Teil, das ich angefordert habe. So, das Paket und der Kondensator an sich machen einen sehr guten Eindruck. Das hatte ich nicht anders erwartet. Das Teil, dieser Kondensator, ist von NRF, einem sehr bekannten Hersteller. Das war für einen guten Eindruck. Und zusätzlich habe ich mir noch einen Tankdeckelverschluss gekauft, den ich überall in den Tipp gesucht habe. Ich war lange auf der Suche und musste auch den Autodox-Service kontaktieren, um Infos zu bekommen, ob es so einen bei den auch zu kaufen gibt. Den gab es und das war mein Glück. So, für diese beiden Teile habe ich nicht mehr zahlen müssen als 154 Euro insgesamt. So, das ist meine Rechnung. Ich habe sogar einen 5% Rabattkutschein bekommen für meinen nächsten Einkauf und für den Versand musste ich auch gar nichts zahlen. Das ist super. während弟が unterscheiden, dass ich meine Rechnung mache, dass ich schlechtelbeise. Ich war mir jetzt dabei dran ein Problem. Und ich habe mir versucht, dass ich nicht dieser Hinrichtung mache.